Hallo Leute und willkommen zurück zu The Wolf Among Us. Hier schläft gerade die Trollin Holly, die wir nicht aufwecken dürfen, aber wir müssen nach ihrer Schwester Sachen suchen. Und ja, mal gucken, ob wir das hinkriegen. Können wir ganz vorsichtig... Ja, wir schauen uns mal erstmal überhaupt um. Wir kissen mit Alkohol. Erstmal alles, was nicht so in ihrer Nähe ist. Oh, oh Gott. Ja, das fängt ja schon mal gut an. Vor allem, wenn die mitkriegt, dass wir hier rumschnüffeln, dann müssen wir ihr das wieder irgendwie erklären. Dann schmeißt sie uns wahrscheinlich raus. Können wir ihre Liege untersuchen? Ach, da sind bestimmt die Sachen. Ah, wo kommen wir da denn ran? Ja, nimm deine Hand da weg. Tolle Idee. Boah, die sind aber auch riesig. Können wir die Kiste mal eben nehmen? Na, finden wir da irgendwas? Bitte nicht zu den Flaschen. Dann kommst du da noch mit dem Fuß wieder ran oder so. Nee, ich bin wegen Lillys Sachen. Nee, nein, ich bin es, Bigby. Woody, is that you? Woody, bar's closed. Und Lilly ain't around anyway, so you can run off back to the woods, I guess. Haha, sie ist wieder eingeschlafen, weil ich sie ignoriert hab. So, wir schauen uns mal das Foto an. Ich bin nicht der Holzfäller, ich ignoriere sie nochmal. Ach, okay, sie meinte jetzt den Holzfäller. Äh, Glimmerbehälter, Brosche, Adressbuch. Das gucken wir uns mal an. Was ist denn, er will das richtige Tränen? Oh nein, das Telefon. Dabei hab ich mich so ruhig verhalten. Wenn du deine Glamour auf diesen Tag bekommst, dann eine dieser muss sein, die Witch. Änti Greenleaf. Gotcha. Gehen wir. Ich find die beiden arbeiten eigentlich ganz gut im Team zusammen, aber ich hätte mir gerne noch die anderen beiden Sachen angeguckt. Die Brosche und so. Hm, schade. Es geht immer so schnell. Ich dachte, das Adressbuch wäre jetzt einfach das Wichtigste. Bigby! Ich bin hier gerade gekommen. Ja, ich auch. Das ist Nummer 23. Apartment von Auntie Greenleaf lief 1284 White Plains Avenue, 14 Minuten zu spät. Hm. Wir, 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 wir hören mal. Okay, dann gehen wir einfach mal rein. Ach nee. Müssen wir mal das Anklopfen, ne? Ja. Macht aber sogar jemand die Tür auf. Tut uns leid, schätzen, wo ist Crane? Wer bist du? Ist irgendwas falsch? Wer bist du? Rachel? Wer bist du? Ich bin Bigby. Ich bin der große, böse Wolf. Ich bin der Sheriff. Wir sind nicht Stranger. Wir suchen einen Mann. Ist deine Mutter zu Hause? Ist Auntie Greenleaf hier? Wir suchen einen Mann. Wir suchen einen Mann. Ist Auntie Greenleaf at home? Does she live here? You mean my mom? She ever, you know, make the nightstand levitate, turn frogs into cats, that kind of thing? Is she a witch, dear? Oh no, I would never call my mommy that. She treats me all right. Ich werde mich umsehen. Rachel, darf ich mich umsehen? Oha. Oha? Ich wette, das Mädel ist die Hexe. Das kann ich mir gut vorstellen. Okay, Sheriff. I'm gonna trust you not to break anything. Don't get me in trouble. What are we looking for specifically? Crane. You could still be here. Hä? Das ist halt nur so eine Idee von mir, ne? Aber das wäre doch, das wäre doch die Idee, dass das Mädel gar keine Mutter hat. Und, ja, die sind ja alle irgendwie so wiedergeboren hier. Und wer weiß, ob die halt so als so kleines Mädel geboren ist, aber, oder sich irgendwie mit Glimmer getarnt hat als Mädchen. So eine Hexe, die kann bestimmt vieles. Gucken wir uns mal das Windspiel an. Oho. Oho. Oh. Portrait. Sieht aus wie der Ofen bei Hänsel und Gretel, wo die Kinder reingeschmissen wurden. Ich glaube, das Mädchen ist die Hexe. Ich denke mir das jetzt einfach mal. Auch das müsste sie eigentlich wissen. Nee, natürlich nicht. Du bist die kleine, garstige Hexe. Ich weiß es ganz genau. Und wenn es nicht stimmt, ey, dann ist es einfach echt nur ein armes Mädel wahrscheinlich. Keine Ahnung. Hast du keine Päte? Nicht technisch. Trennwand. Hm. Okay. Wir können mit Rachel reden und wir können aber auch hier nochmal die Schranktür öffnen. Die Schranktürmer. Die Schranktürmer. Was ist das? Das ist ein Package. Das hat mit jemandem der Schranktürmer. Es ist leer. Die Schranktürmer. Goddammit. Shouldn't say that. Nothing. Ich keep getting whiffs on that aftershave of his. Ich auch. Hm, alles so ein bisschen mysteriös hier. Ich muss mir das ansehen. Snow, irgendwas stimmt hier nicht. Ich werde vorsichtig sein. Oh oh. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Heilst du das für ein Spiel? Warum das kleine Mädchen? Warum Rachel? Warum die kleine Mädchen? Ich glaube, das ist überhaupt nichts von deinem Geschäft, Wolf. Warum? Wie? Wie geht es denn, weil es funktioniert? Das ist warum. Ich bin gut genug für dich? Ich habe sicherlich gehalten dich zwei aus dem Sand für ein paar Zeit. Ein kurzer Zeit. All right. Wo ist Crane? Bitte hilf uns Crane's, wenn ich sag mir, wo Crane ist. Ich war in den Wald, um ein Jackal und ein... Wo ist Crane? Sprich schnell. Ich bin kein Fortunter, Wolf. Ich habe keine hevendliche Idee, wo er ging. Du bewegst dich auf dünnem Eis. Warum beschützt du Crane? Du bist eine Mordkomplize. Warum beschützt du Crane? Es gibt nichts, was ich weiß, das helfen würde. Warum? In dem Namen von allem Heilig, hast du diesen weaselnden Skumbag? Ich meine, was auf der Erde hätte er getan, um diesen typischen Loyalität zu verdienen? Crane könnte morgen holle Knie sein. Und du würdest mich nicht schreien, dass ich einen Dropel schreien. Aber das bedeutet, dass ich dir nichts sagen kann. Wen beschützt du? Rede sonst. Bitte, Greenleaf. Wen beschützt du? Solltest mich fürchten, ist mir scheißegal, wir können dich beschützen. Oh, schwierig. Du musst es vergessen. Das ist mehr wichtig. Du solltest mich viel mehr schrecklich 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 schrecklich. Du hast keine Ahnung, was passiert, oder? Okay, du wißt du, was ich denke? Ich denke, wir haben mehr als sehr patient mit dir. Diese Witch hat sich verholt, dass die Illegale blammeren, die immer weiterentwickeln. Alles, was wir gebaut haben. Sie ist harboring eine Fugitive, die sich verholt hat, und jetzt ist sie resisten every attempt zu machen. Ich, ehrlich gesagt, nicht schrecklich. Wenn sie Angst für ihre Leben ist, können wir zumindest nicht schrecklich 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 schrecklich. Wir verholten uns das Dropel. Nein! Nein! Man muss das noch ganz Kopf Lantern mit dir wisheschen da. Mit denen glaube ich, dass sie ohne dich gehen können. Du hast dein Geld erholem solch blänteret von einer anderen Welt. Diese Dere onehen, dass die Fä pilgr shootingen, weil diese K några. Es so gefährlich verletauc ihr den Alten mit ihr zu offen lassen. Der Baum muss weg. Warte, Greenleaf, könnte nützlich sein. Wir können das Leben dieser Frau nicht ruinieren. Warte, Greenleaf könnte nützlich sein. Das nehme ich mal. Wir können diese Frau nicht in der 13th Folge glauben. Es geht nicht, weil ich das nicht. Ich bin ein Haus-Kat. Und ich spiele nicht mit anderen. Ich glaube, niemand würde dich mit einem Kuddel-Animal verletzen. Bigby, das ist eine Verordnung. Burn den Baum. Nein, schau, 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 ich erzähle, ich erzähle. Greenleaf war hier. Er war hier, und er ist weg. He went to the pudding and pie to try to use my ring on the girls over there to get information. What does the ring do? He thinks it's the ring of dispel. You know, that will pierce the protection around the girls' speech. He says pulling the truth out of them will prove his innocence. It won't, though. Damn thing lost its power decades ago. I'm sorry, but we still can't let you keep the tree. It wouldn't be right after what's happened. Snow, noch bist du nicht, mein Boss. Greenleaf, ich stelle dich ein. Oh! Hey, Greenleaf. Don't think this is over. I won't. Yeah, sorry, Snow. Normalerweise bin ich immer auf ihrer Seite, aber diesmal wollte ich es irgendwie nicht sein. Außerdem mag ich es auch nicht, dass sie auf einmal anfängt, mit ihm zu reden, als wäre sie ihr, sein Chef. Wo wir sie die ganze Zeit immer in Schutz genommen haben und sie bestätigen, in ihrer Autorität, muss sie ja jetzt nicht anfangen, da so den Chef rauszuhängen zu lassen, finde ich. Aber okay. Aus dem Weg. Aus dem Weg. Doch, können wir. Machen wir auch einfach. Lass sie los, Crane packen. Reden wird dir nicht helfen, der Ring funktioniert nicht. The Ring won't work. Greenleaf sold you out. What? No, this will work. I assure you, it must. I wouldn't take you. Damn you, come on. Please. Tell me who killed her. My lips are sealed. How many years has this been going on? Too, too many. Was ist mit dir geschehen? Du hast es versaut. Wir haben die Fotos gefunden. Was ist mit dir geschehen? Was ist mit dir geschehen? Warst du immer so? Nicht immer. Es begann, wie viele Dinge tun, sehr, sehr klein. Nicht mehr als ein Gefühl. Er ist schuldig. Was meinst du, Roar? Weißt du das? Was meinst du? Ich glaube es übrigens auch nicht mehr, weil die Greenleaf ja was erwähnt hat. Ja, und ich glaube einfach, auch dass es jemand andres war. Er weiß mehr, als er sagt, er ist der Hauptverdächtige. Nein, er ist der Mörder. Er weiß mehr, als er sagt. Es geht um mehr als Krähen. Ich weiß es nicht. Wir werden es herausfinden. Wenn ich dich zurückgekommen bin. Wir wissen, wie es erinnert hat. Wir werden es nicht mehr als Krähen gemacht haben. Wir werden es nicht mehr als Krähen gemacht haben. Wir werden es nicht mehr als Krähen gemacht haben. Ich habe es nicht mehr als Krähen gemacht. Du hast dir die Geld aus der Fable Town für Jahre gemacht. Du hast es nicht? Ja. Wir werden dich nicht töten. Also, du hast dich nicht zu schmerzen. Ichabod Crane. Und wegen Mordverdacht. Du hast Glück, dass Snow hier ist. Steh auf. Riech ihm die Nase, wir sind besser als du. Du gehst ins Gefängnis. Untertitelung des ZDF, 2020